Was sind Daten? Was soll, darf, will, kann ich mit Daten machen? Und wie wollen wir als Land mit unseren Daten umgehen, damit wir sie selbstbestimmt und souverän auch nutzen können? Für die gemeinsame Beantwortung dieser Frage brauchen wir eine datenkompetente Gesellschaft, aber auch eine datenkompetente Verwaltung. Der Umgang mit die Bewirtschaftung von Daten ist eine Schlüsselkompetenz für die digitale Transformation und den verantwortungsvollen Einsatz von Datenwissenschaft und künstlicher Intelligenz. Hier kann das Bundesamt für Statistik helfen. Mit unserer Arbeit unterstützen wir die Schweiz dabei, Daten effizient zu nutzen und aus ihnen zu lernen. Denn Statistiken erstellen bedeutet, mit Daten zu arbeiten.